Was ist das? Ich dachte mir schon. Ja, ich guck mal, ob sich das ausgeht. Wahrscheinlich nicht. Nee, geht sich niemals aus. Okay. Gut, aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Das bedeutet, wir können hier nach rechts gehen. So. Okay, hier ist ein grüner Fleck, was das auch immer zu bedeuten hat. Ah, hier ist jetzt was. Eine Kiste, ja. Ich hoffe, die Karte. Karte? Nee, ein Ring. Ja, ein Ring ist auch okay. Ringe sind nie schlecht. Generell kommt mir vor, dass man hier in diesem Teil die Ringe viel besser oder viel leichter hält wie im Oracle of Ages. Ach ja. Du willst meinen Bann brechen? Sei nicht törig, das werde ich verhindern. Ach ja. Ja, springen wir mal runter. Beachtlich, doch nächstes Mal wirst du weniger Erfolg haben. Ja, sehr schön. Wir haben den Bann gebrochen. Wir holen uns hier, ja, zumindest ein paar Kerne. Ach ja, und jetzt kann ich hier durch. Das ist schön. Oh. Können wir sprengen. Hey. Pau. Eine Kiste? Kompass vielleicht? Ja, wunderbar. Wobei, die Karte wäre mir ja lieber. Aber man kann nicht alles haben, habe ich das Gefühl. Ja, das ist zu schwer. Muss ich wohl das Kraftanband wieder auspacken? Obwohl, nee. So, das bringt mir so nichts. Nee, nicht wirklich. Muss ich den anderen Weg gehen. Und rein da. Oh. Oh. Ich habe Angst, hier diesen Schalter zu drücken. Ach ja. Ich glaube, ich muss die Kollegen hier verwenden, um... Kommt, steigt auf den Schalter. Warum kannst du nicht auf den Schalter steigen? Oder können die überhaupt auf den Schalter steigen? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich kann ich diesen Block jetzt schieben, oder? Nee. Ja, hey. Ja, komm schon. Kann ich den schieben? Nee. Ich mache mal alle kaputt. Vielleicht kann ich einen dieser Blöcke ja schieben. Nee, sieht nicht so aus. Ach ja. Verstehe. Also, ich war nicht so falsch an. Ich muss eine dieser Statuen... muss oben stehen, aber eben die, die nicht erwacht. Das ist jetzt durch Zufall wahrscheinlich genau die letzte war, die ich berührt habe. Autsch. Das, das, ihr blöden Viecher. Alter. Und ich sterbe schon wieder fast. Ich brauche Herzen. Ja, ich... Pass, ja... Ah, Gott sei Dank. Okay, Fee ist auch okay. Jetzt ist natürlich die Frage... Nee, ich werde jetzt trotzdem noch mal kurz hier nach oben gehen. Das ist zwar blöd, weil da muss ich das Rätsel noch mal machen. Einfach, um hier nach links und rechts zu gucken. Ja, schön. Ja, es geht sich so natürlich nicht aus. Okay. Naja, hier? Hier ist auch ein Schlüssel versteckt. Ist das jetzt drüber oder wie? Dann stimmt das akustische Signal gar nicht. Ach ja. Ja. Verstehe. Hier und hier. Ähm, nee. So. Ja. Ach ja, ja, gut. Stimmt doch. Ist okay. Spiel, ich verzeihe dir. Kann ich hier jetzt sprengen, denn wir? Lalalalalala. Hopsa, Sion. Nee. Okay. Ja, seht ihr? Gut, dass wir das gemacht haben, sonst hätten wir diesen Schlüssel verpasst. Wäre natürlich nichts. So, jetzt gucke ich mal, ob das... Wo ich nur durch Zufall... Vorhin natürlich habe ich nicht nur durch Zufall vorhin den einen als letztes, sondern... Passt schon so. Einmal hier. Ach ja, ja, das ist dann scheinbar immer ein anderer. Gut zu wissen. Na gut. Ja, hier rüber. Oh, die Bombe verschwindet. Ach, wie schade. So. Und rein da. Ich gehe mal nach unten. Kann ich nicht... Ah, den kann ich hoffentlich nicht. Na gut zu wissen. Runde da? Nein. Ach ja. Handschuhe ausrüsten. Ich mag ja diese Levels ganz gerne, die hier so verwinkelt sind. Ja. Na toll. Also nochmal fahren die Runde. Genau. Schön. Das bricht runter, oder? Oh, nein. Die brechen nicht runter, sondern... Hey. Was für ein Spaß. Ja. Ich stelle mich einfach dahin, dann kann nichts passieren. Wozu auch immer. Ja, toll. Okay. 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 Gut, ich kann nicht schieben. Bist du ferne? Nicht. Ähm. Hallo? Äh, ja. Verstehe. Ach ja. Okay. Also ich muss die vier Schalte in einer gewissen Reihenfolge drücken, damit ganz zum Schluss der... Ja, der eine überbleibt. Machen wir mal so. Was passiert hier? Das war doof. Ja, fast. Aber ich glaube mal, der eine sollte richtig sein, so theoretisch, oder? Das ist ein cooles Riesel. Und da müssen wir mit... Nee. Ich muss den nach unten befördern, der da. Der muss auf jeden Fall nach unten. So, dann müssen wir mal hier. Machen wir mal hier. Machen wir hier. Ja, genau. Und jetzt haben wir es. Sehr schön. Und hier. Ja, wunderbar. Und ein weiterer Schlüssel. Gut. Bringt mir zwar jetzt noch nicht wirklich viel. Aber na ja. So, da drüben, das bringt mir auch nicht viel. Danke, das war zumindest ein Herz. So, dann muss ich jetzt wohl oder übel wieder nach oben. Also ich warte hier auf mein... Ach so, ähm... Ja, komfortables Transportplattform. Dings. Boomerang, Boomerang, Boomerang. Nachdem man euch ja so toll töten kann. Mit dem Boomerang. Haha, ich reine. So, was ist hier? Das ist hier. Verstehe. Ähm, wir springen natürlich gleich mal nach oben. Hey, und? Müssen wir verschieben. Natürlich müssen wir es verschieben. Ach ja. So, machen wir mal so. Hopp. 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 Ne. Okay. Ähm. Ach ja. Toll wäre, wenn ich da nicht mehr rauskommen würde. Ähm. Einmal so, einmal so, einmal so wäre es dann. So, ja, dann machen wir hier diesen da. Wieso habe ich jetzt eigentlich umgeschaltet auf das Kraftanband? So ist keiner so gemacht. Ja, und hier soll es eigentlich sein, oder? Genau. Da wollte ich hin. Denn hier erhalte ich, weiß ich nicht genau, hoffentlich die Karte. Ja, wunderbar, die Karte. Dann gucken wir uns mal an. Ja, wäre jetzt nicht so schlimm. Muss ich sagen. Wäre jetzt nicht so schlimm, der Dungeon. Sieht nicht so schlimm aus. Gut, dann lassen wir uns da wieder runterplumpsen. Ja, dann gehen wir zuerst mal die Wege, wo wir keine Schüssel brauchen. Verschwinde, bevor das Feuer erlischt. Sonst? Ach ja. Nein. Der transportiert uns wirklich wieder zum Anfang zurück. Das ist natürlich blöd. Okay. Ähm. Ja, das bedeutet, in Zukunft müssen wir bei diesen Räumen etwas besser aufbauen. Das ist ja, dass wir jetzt nicht so gut passen. Weil... Es ist ja doch ein Stückchen Weg. Ne? So ist es ja nicht. Genau. Die haben wir auch. Sehr schön. Jo, und hoffentlich müssen wir den Spaß nicht nochmal machen. Natürlich nicht. Passt, gut. Ja, dann muss ich das Kraftamt ausrüsten. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. und nach unten nein ach ja ja gut die kann ich so nicht töten ist okay nehmen wir eben den boomerang und nach unten nach unten schieben wir die statue lalalala die tür ist offen sehr schön die ist sowieso offen danach links brauchen nicht gehen da will ich noch nicht ach so ja dann gehen wir hier ja gut was steht hier steht hier was kann ich nicht lesen weil dunkel und so schauen mal ob sich das überhaupt von der brenndauer der fackeln hier ausgeht ja dann müssen wir wohl oder übel ninsch pegasus gerne einwerfen danke einmal zweimal dreimal viermal du hoffst meinen bann zu brechen ich bin sehr als meine schwester ich werde dich aufhalten ist okay wo ja ja muss das sein ja treffen kann es mich ja eh gerne kein problem ich werde nächsten mal diese kraft verlassen okay war jetzt nicht so schwierig liegt aber daran weil wir ja zum glück schon das level zwei schwert haben ja jetzt können wir hier auch durch auch doch 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 und nach oben gut wir haben keinen schlüssel mehr bedeutet wir sollten nach möglichkeit vielleicht uns wieder einen organisieren ach ja das wird jetzt wieder spaß ach so die drehen sich nicht kann ich hier vielleicht irgendwo rüber ach ja okay verstehe es war jetzt doch einfach einfach die den abgrund bringen quasi ich finde es ja toll dass wir hier zwei unterschiedliche farben von katapulten haben ja also machen wir hier spaßige action mit seltsamen drehteilen nämlich wo da ja und spaßige action hier mit pegasus kernen genau und spaßige action mit handschuhen noch mal so ich sollte vielleicht gehen da machen das war jetzt blöd halt das gefühl ja nee so nicht nee so natürlich auch nicht gut ja das kann ich da jetzt machen könnte mich hier irgendwie nee 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 nee